ARD Text im Auftrag von Funk Geh in Ruhe! Begrüßen! Ha! Bam! Jetzt hat einer abgebrochen! Ja! Aber vom Gegner... Aber trotzdem ist das doch scheiße! Ihr wollt mich doch verarschen, ihr Mongoliden! One Gamer Short! Oh Gott! Nein, nicht Maus! Bitte nicht! Bitte nicht jetzt! Tu mir das nicht an! Entschuldigen wegen dem Sound, aber dann hört ihr, dass meine Maus sich verabschiedet. Im Notfall werde ich auf eine beschissenere wechseln. Und jetzt töten wir sie! Hinter euch! Hinter uns? Ja, das sind zwei! Oh shit! Und hinter dir auch! Offspot! Oh fuck, die Bitch! Wie bist du eigentlich schon down?! Das ist ein Bonfire! Ah! Die Glocke geht gut! Die Glocke geht gut! Die Glocke geht gut! Ja, okay! Oh, gibt's hier was? P2000... 5-7, Bitch! Jetzt wird eskaliert! Das ist der letzte! Halt dein Maul! Die Glocke geht gut! Die Glocke geht gut! Die Glocke geht gut! Jetzt hab ich schon wieder die Bombe! Wie sieht's aus? Geldtechnisch? Ich nehm ne UMP, ich bin mit der auf... äh, Dingens... Äh, warm? Scheiße, ich hab ne P90 gekauft, ausgesehen! Okay! Okay! Komm! Lassen wir uns abschlachten! Ja, jetzt kommen zwei Granaten und du bist tot! Ich bin der zweite! Keine Granate! Keine Granate! Eine Granate! Eine Granate! Eine Granate! Eine Granate! Was hast du doch schon gesagt? Oh shit! Einer auf Spot! Den erwisch ich aber mit der Granaten! Fuck! Er war nicht so pralle! Auf Spot! Und zwei bei CT! Auf Spot ist down! Plente! Wieso bist du schon wieder down? Wieso bist du schon wieder down? Oh ja! Das gehört zu uns! Oh ja! Bei CT! Wo ist denn das? Einer kommt aus? 35%. Das ist schwer! Nämlich! Alle Addis! Vielleicht ist er mit meiner Schlage drin! Oh ja! Wieso bist du auch wichtig? Du bistsent. Kannst nicht mehr so machen! Für mich auch nichts machen! Wieso ist es? Das ist das? wir stehen schon wieder gut für arm einer in der mitte zum lower tunnel noch einer mitte lower tunnel 2 in der mitte scheiße alter du hast mich vorgewarnt doch die snitch ja ich wusste doch langes clear soweit einer auf spot schaut auf shortcut ist schon scheiße für die so von der ersten runde ab mit bord zu spielen ist kacke ich verstehe auch nicht wie man im aufwärmen schon absprechen kann ich vor allem sich in der halbe sekunde nach aufwärmen ja okay das auch dämlich aber als ob man in einer halben seite halben minuten merkt auch shit ich kann doch nicht jockey notfälle gibt es aber long letzter ich habe keine ahnung schau auf city du oder ich du ich bin tot stimmt ich bin gelb gelb ist immer der der abkackst gelb normalerweise ja übel muss ich jetzt den assi raushängen lassen hier junge wo ich glaube ich habe auf meinen pop-schutz gespuckt die rasch und sicher wieder die mitte die erwischen immer einen von uns ich smoke rein und werfen der he durch ich bin zu hart von meinem eigenen geflasht und auf short einer mal wieder wir haben schiss bekommen einer auf lang zwei sind auf lang to long oh shit ja warte wieso kann ich da nicht durch die zwei sind auf lang ja einer boah scheiße oh shit holy fucking shit ist echt ungewohnt dass du gelb bist ich bin hängen geblieben einer aus rampe rampe ramp one ramp one long on spot short nice try sorry guys ist das der aus portal das bild von dem ich habe portal nicht gespielt das weißt du klar aus meinst du ja gleich das ich weiß nicht genau wie der aussieht ich kenne den auch noch von bildern aber ich habe mir die zwei portal spiele gekauft beim summer sale ich habe alles gekauft alles wirklich alles nichts was ist jerusalem nichts alles okay ich sollte die insider lassen oder ach wieso verschwörungstheorien die sich bilden können dadurch und dann wirst du noch famer famer pfff ich bekomme 17 abonnenten statt 15 obwohl 15 ist schon geil ich schaue ich schaue auf spot ich sehe da noch kein einer ist corner ja one on spot one behind the corner on your left still on your left ich geh mir außen okay einer city alter mit auf mit city spawn und ich habe sie doch gesagt ich habe sie doch gesagt ich habe sie doch gesagt alter spiel schmisch ne scheiße dabei sind die nicht mehr gut und die haben bot ich habe halt einen guten aber das war's dann der übrigens jede runde gestorben ist immer so nebenbei aber naja egal ja aber dafür hat er auch jede runde 2 gekillt okay p90 ump irgendwann muss ich ja wohl einen damit killen oh ich habe die bombe alter wir wollen begehen jup raspy don't stop don't stop just do it just do it just do it ironischerweise auch der der als erstes vorläuft ja der ist der wurde von nike hier und dann nicht durchgeht der wird von nike supported da ist einer auf spot alter drückt er mir einen header ich dachte grad du hättest den gekillt nein spot clear ich hätte ihn noch gekillt aber der hat mir halt einen header gegeben einer an den doors oh ich sollte dir zuschauen still one doors wir haben einen im tunnel what what ich hab nachgeladen das ist grad übel noob play hier oh jetzt bin ich aber hart geflasht ja die haben noch zwei schau mal durch alter nein und dann windows windows und spot on spot schade ich dachte die erwarten mich nicht aber die haben sogar eine autosniper die fritzes und ich glaube nicht dass das der bot war der die gekauft hat ich glaube wir haben mehr autosniper jetzt mhm also ich mach nur ump runden und einer ak du hast wenigstens die kills auf mich schon aufgeholt du hast wieder 7 assists das wird youtube mr assist number 2 holy shit nicht lustig doch doch aber ich ich bin geschockt du erinnerst dich grad zurück ich weiß nicht ob einer im pit ist schaust du äh nein keiner im pit ok ich geh mal vor auf spot wo seh äh kiste ok jetzt bei der zweiten kiste hinter der kiste ab ihn nice all clear einer city spawn alter mami alter so viel härte mir gar nicht gegeben der kommt jetzt kenne ihn schön ich bin auf short 1 x 1 shot 1� 1 x 1 alter der mix bäm damn einer ist lang anscheinend ja der ist low waaat ich hab dem so wenig schaden getrückt Wo? Hier bei uns. Hier bei uns. 1-6-Ball. Haha, sorry. Haha, sorry. Nice. What? Gib dir mir einfach einen Hatter, die kleine Suburbine. Apropos Kills, ich glaube, ich hab dich aufgeholt. Ah, überholt meinsch. ALTER! What? Wie viel hast du gekillt? 4. Fuck. Lass uns gehen! Alle einen Rücken zu lekauen? Ries. Ich schrieschen von Score! Bitte bitte Pleaseomme... Apervi-Less. 10-1-9- city. 2-1-9 city. Flasht! Apervi-ini nach oben, Lass sie dich! Danke! Danke! Was? Seine Maus funktioniert nicht. Was? Seine Maus funktioniert nicht. Seine Maus funktioniert nicht. Ich muss die Maus gleich wechseln, wenn die von dir vorbei ist. Einer im Bild. Okay, das war falsch, Leute. Der steht rechts hinten an der Tür. Im Pitch steht halt einer noch. Echt? Ja. Alter, Maus trägt zu mir. Alter, dies... Dieser fucking Wackelkontakt, ey. Haschmaus ausgetauscht? Ich bin gerade dabei. Okay. Die ist halt richtig scheiße. Kennst du diese 10 Euro Mäuse bei Saturn und weiß ich nicht was? Die sich Leute so um die 20 holen, weil sie glauben, er muss nicht mehr sein. Smoked. Smoked. Alter. Geschort. Okay, ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Oh, Alter. Oh, fuckity fuck 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 fuck. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Schade. Eine Minute, eine Minute. Heilige Mutter Gottes. Heilige Mutter Gottes. Unspot A1. Ja, die denken wahrscheinlich, er geht B, dann geht er zurück auf A. Ist nicht schlecht. Nein. Nein. Okay. Alter. Du hast insgesamt nur noch 21 Schuss. Da schießt man nicht auf Verdacht. Er braucht zwei, okay. Aber der macht Steps wie sonst was. Oh Gott, Mathematik. Ja, die glauben ja, der wäre noch auf A. Okay, das passt soweit. Hä, wir haben mehr gewonnen. Ich dachte wir hätten mehr verloren. Nee. Du bist halt sehr oft gestorben am Anfang. Obwohl wir gewonnen haben. Achso. Ja. Hey. Oh shit, das wäre eigentlich ein Header. Oh, zehn Schuss. Oh, klar! Oh, schade. Fuck. Wow. 10 HP. Fuck. Oh, das ist eine Minute. Geht unter Terroristen, gewinnen. Das ist genau, ich halte von 41 Prozent. Ist nicht ohne. Weiß was, aber... ... Mariiiaaaa. Nein. Ah. ja mal schauen und dann hätte ich gesagt dann ja hätte ich auch gesagt ich bin der erste ich gehe durch da ist einer am eck jetzt jetzt habt ihr gesmoked hab ihn immer noch ein auf lang war noch long nice komm schon gibt mir eine gescheite waffe dafür im sieben oh ne arve geil ach komm Du bist ein Idiot. Info, bitte, Info! Wir müssen gehen! Flashe! Ich flashe in 3, 2, 1, go! Ich flashe in 3, 2, 1, go! Wo? Alter! Hinter den Kisten wieder! Wasch ihn! To the limit! Alter! Ja genau! Mit nem Bison! Skill halt! Nur noch einer am Leben! Ja da! Last one long car! Hat er doch... Du hattest doch was gesagt! Wo? Hütst du mich verarschen! Last one long car! News! News! Please News! Please News! Manchmal denke ich auch, die Leute werden hier dann nach dem IQ ausgesucht. Und nicht im positiven Sinne. Aber die Gladi geht gut. Versuche es nicht! Ich fahre bei Bison! Ich schaue bei Bison! Trommate! Das ist nicht Bison! Ich flashe! du ja gleich damit habe ich keinen gesehen ich stehe hier draußen hinter den kisten die sehen mich nicht wenn die kommen ich mag den tunnel mal ab zur sicherheit die kdi hat 35 schuss das geil die spon sich kein schau dir trug ja ist er abgestattet hier draußen das ist noch einer glaube ich das tunnel ich habe mir aber von dem ich hätte gerade fast erschossen danke dass das nicht gemacht hast 60 alter dafür dass du scheiße angefangen hast ja es läuft ganz gut ist das eine maus die hat nicht mal eine marke so scheiße ist die normalerweise gibt es wenigstens billig marken okay einer kommt mitte der bot wahrscheinlich könnte lauer tunnel sein lauer tunnel ja fuck you das war wenigstens englisch bohr wenn der hinter den kisten widersteht dann hinter den kisten glaube ich ja das war nie im lieben nie im leben hätte nie im leben schau schau flan doch mal halt wie lang braucht ihr zum plänten Aufshort. Und lang. Oh, ich hab ihn verfehlt. Du hast ihn doch gekillt. Nein, den Aufshort. Alter, alter, schwerte Bedingungen. Ich nehm das zurück mit dem, ich spiel heute so eine Scheiße zusammen. Das passt nicht. Doch, tust du. Man sieht's nur nicht. Wir haben aber auch weder gute Gegner noch gute eigene Teamleute, glaube ich, kann es sein. Die Gegner haben halt nen Bot, das ist schon ein heftiger Nachteil. Ja, klar. Die haben nicht gerusht auf Blan. Dann warten die zu fünft jetzt aufshort. Kill ihn! Wir spielten uns. Der hatte ne Nova und hat mich aufshort nicht gekillt. Aufs Bot runtergesprungen. Das ist wieder hinter den Kisten. Nice. Down. Turn down for what? Ich bin aufschort. Ja, dann killt ihn. Oh. 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 Oh fuck. Oh fuck. Ich dachte da kommt heute einer von lang. Oh fuck. Ich dachte da kommt heute einer von lang. Hier laufen. Ach eh. Das war gerade übrigens ein No-Scope. Nein Spaß. Ich glaub dir kein Wort. Ein No-Scope reicht für 20 Folgen. Ja, okay. Halt dich zurück. Auch wenn du es nicht brauchst, Visier an. Ja, okay. Er blockt uns doch noch mehr. Jeder, jeden. Aber lieber. Alter. Leck mich am Arsch. Flashback. Flashback. Ja komm. Scheiße. Ja, ich konnte nicht durch. Der hat mich gestoppt. Du kannst die Awe nehmen, wenn du willst. Ich glaub das wird nix. Obwohl. Komm. Ähm. Der steht da auf dem Spot aber so, dass ich den nicht sehe. Ne. What the fuck. Der hat ne Geduld, der CT, das ist echt unglaublich. Hilft demnächst, ist trotzdem tot. Alter. Alter, das war doch gut. Alter, das war scheiße. Warte einfach, bis er rauskommt. Das war. Du hast den Header. Das war, das war. High Skill. Du hast die Bombe. Oh. Das war wiederum Low Skill. Ja gut, der letzte ist drin bei B. Der killt uns jetzt alle. Auf Verdacht. Bam. Wenn ihr so auf dem Haufen steht, wer weiß. Oh, ich hab noch zwei Schuss nachladen. Das ist safe und tut ja nett. Das kann ich dir garantieren. Das Catwalk. Das ist noch die letzte Runde. Locker. Ah, geht. 18, 11, 14, 9. Das ist in Ordnung. Ja, das geht. Der Bot ist nicht mal der schlechteste bei denen. Boah, ich fände es geil, wenn man sich zwei HI-Granaten mitnehmen könnte. Ja, das wäre geil. Vor allem in der ersten Runde. Ich spiele auf... wie? Ich gehe klein. Mir fällt zum ersten Mal auf, dass die CTs Rucksäcke mit sich tragen. Long. Too short, too long, too long. 3 long. Hey, passt auf, von short müsste jetzt auch noch was kommen. Echt jetzt? Nicht? Ich habe auf short nichts gesehen. Okay, die Bombe ist eh down. Ja, Mann. Die Granate hat halt gesessen. Nice. Und attack 9 abgezogen. So muss das laufen. Dieses hat gerade mal 29 Sekunden gedauert. Das ist gleich. Was? Und das gleiche nochmal bei mir, wie gerade eben. Nur nicht so schnell sterben diesmal. Ach, du bist gestorben. Ja, ich habe die Granate reingeworfen und dann war ich tot, aber ich glaube, ich habe so 200 Damage gedrückt. Nice. Die müssen jetzt eigentlich auf B kommen, wenn sie nicht ganz blöde sind. Ja, es kamen zwei Granaten, kommen aber nicht doch. Short. Catwalk. Ja. Einer in der Mitte. Ah, warte Gott. Three on A already. Yeah, Botte! Das sind die letzten zwei. One on short. Ich komme auf... Ich habe mir fast das Headset vom Kopf geschüttelt. Ich nehme eine Arbe. Ach, ich habe meine Waffe ja noch. Oh shit, ich muss ja auf B. Okay, wir haben eine Arbe auf lange und eine auf short. Also mit mir. Das heißt, short kommen sie durch. Quasi. Ja, ne, wenn sie nicht... B. B. Two on B. Three on B. Alter. Da. Nice. Hör da. Das war der Bot. Obja. Shit, da oben ist einer. Haha. Free HP Relief. Alter, wir haben die, die alle auf Spot erledigt. Was ging da ab? Keine Ahnung, ich habe dir zugeguckt, aber es hat nur so ein Unterkippen gehabt. Ich glaube, ich versuche auch mal eine Arbe. Dann hätten wir drei. Ah, okay, das ist nicht so geil. Du kannst es probieren, so ist nett. Ich bin auch einer der wenigen, der würde auf B decken mit einer AWP. Vom Window aus kannst du auch sehr gut B decken. Ne, nicht vom Window, vom Sniper-Eck. Ja, da bist du meist zu langsam. Ne, ne, das geht. Es geht schon theoretisch. Oh fuck, Flash. Aber ich nicht. Ah, jetzt flasht er uns selbst noch. Ich schätze, im Tunnel sind die noch. Oder sie gehen in die Mitte. Okay, bei mir ist noch nichts. Mitte. Mitte zu B, oder wie? Ja, unsere A-B-Schauber. Oh fuck. Ich habe den nicht gesehen. Two guys on B. At least three on B, three on B. Wahrscheinlich ist einer im Tunnel drin. Das kann sein. Ne. Also ich meine, jetzt rechts hier. Sniper. Scheiße. Sniper Position One. Versuch's. Kannst du es schaffen. Oh. Ja, tiefer. Alter. Das war einen Millimeter zu hoch. Sogefügt der Schaden 41. Ich habe den... Du hast ihn jetzt treffen? Ja. Ich dachte auch nicht, dass der andere mir in den Tunnel folgt, der blaue, gelbe, grüne. Auf dem dritten. Alter, Farbenblind Eagle. Ja. Farbenblind Eagle. Nein. Ach ja, kurz mal als Erklärung, warum in letzter Zeit so wenig Videos gekommen sind. Studium besteht nicht nur aus Schlafen und Saufen. Hatte ich für ein Gerücht. Es ist ein wesentlicher Teil davon, aber es besteht nicht nur daraus. Gib mir ein IWP. Und es gab auch nur so viele Videos in letzter Zeit, also die CS-Videos, weil wir an einem Tag vier Stück aufgenommen haben. Sonst wären es noch weniger gewesen. Aber es hat ja zeitlich, ich glaube, ganz gut hingehauen mit dem Uploaden. Ey, gucken wir mal. Ich brauche ja auch Zeit, um diese Videos hier zu schneiden und so weiter. Einer auf lang. Zwei, glaube ich. Okay. Tunnel sieht clear aus, soweit. Ich schaue weiter auf Short. Äh. Tunnel ist clear. Short sehe ich keinen. Also Catwalk. Ich habe noch eine ganze Zeit, aber... Mitte! AWP! Catwalk? AWP mit. Nee, 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 weiter zum T-Spawn. Einer auf vier VB! Einer VB! Ja, ja, vor dem Tunnel. Der wartet. What? Wann nicht. Von wo kommt die X-Ronate? Schneider. Too long. Ich bin durch, äh... Ja, okay, ich muss mich hier verpissen. Oh, oh, long. Oh, shit, T-Spawn, AWP. Holy fucking shit. Die gehen auf A, oder? Ach, du fliegst noch. Too long. Too long. Alter. Das waren noch 19 Punkten. Aber das war mal nice. Da kann man nix sagen. Ich hab keine Ahnung, wie ich das gemacht hab. Ich hab keine Ahnung. Oh, Gott. Die Maus ist Gold wert. Let's go! Gibt Schnee wieder her. Alter. Die fühlt sich komplett scheiße an, aber ich treff Dinger, wo ich nicht mal weiß, wie ich das mach. Okay, kein B-Rush. B-Rush long. Doch! Doch! Ich hab die Bombe hier. Es geht. Apertanerbomb. Apertanerbomb. Ich is going deep. Alter, scheiße. Uuhuhuhu. Oh. Alter. Holy shit. Oh, Gott, im Himmel. Und was macht ihr? Ja, was? Oh. Alter, ich mach hier die UMP-Highskill-Kills uns. Das sag ich grad noch ins B, dann hab ich lang gerusht, da stand einer. Naja. Ja, die waren zu zweit oder zu dritt im Tunnel. Raus und Drop? Ne, ich nehm ne Awe und, und, und. Ja, komm, gib dir Awe, ich geb mir Awe, wir geben uns Awe. Scheiße, eigentlich wollte ich noch nen Taser. Oh, bitte, kommt in den Tunnels rein, ich fick euch alle weg. Mit der Maus. Ja, im Tunnel Minimum einer. Okay, ich guck mal auf was. Haben geflasht. Mal auf Verdacht. Geflasht. Freunde, geflasht. Oh, ich bin nicht mehr weg. Oh, ich bin nicht mehr weg. Nein, einer im Tunnel immer noch. Auf der rechten Seite. Wahrscheinlich da. Ist durchgelaufen, wieder nach links. Fuck. Und seid ihr noch auf A? Kannst du jemanden nicht mehr wegwerfen, bitte? Äh, zwei wegwerfen. Zwei wegwerfen. War ja klar. Check. Einer nochmal, einer. Zwei kommen jetzt wegwerfen. Okay. Freika ist wegwerfen, ich glaube. Ich werfe auf ne Granate rein. Geflasht. Jetzt war er noch auf. Alter! Zwei auf long und ein paar auf short. Fuck, schock. Ja, die hat keine Money mehr, du. Oh, man hat es nicht geflasht. Oh, Gott. Ich meine, ihr schafft es ja auch nicht. Aber ich weiß es ob jetzt dann nicht. Ja, aber nach dem ersten Mal müsste eigentlich klar sein, mehr Anlauf und dann geht das schon. Naja. Scheiße, ich habe das ganze Geld dann für die A?W. raus von uns sollen. Fahm ich hier an. Oh, shit. UMP! UMP! Ich kill sie alle weg. Wo habe ich sie denn? Hier. Von der Russian. Okay. Aber von da. Achso. Mit von da meint ich von D. Oh, 2-Guys, T-Spawn. Dieser fucking Untock, der gibt es uns allen. Mit meiner eigenen AWP noch. 2-B. Bomb-Carrier, I guess. Yes, B and T-Spawn. Die gehen wir erst mal auf A. Wir sind Russe? Ja. Warum überrascht mich das jetzt nicht? Weil es Counter-Strike ist. Holy fucking shit. Und AWP-Kill in 3-2-1. Oh, doch nicht. Na, ich glaube, die haben keinen mehr auf D-Spawn. Safetex hat wirklich eine P-2000. Na, ich habe keinen Platz mehr auf D-Spawn. Du, 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 du. Du, 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 du. Du bist nicht nur auf Dich. Meh. Please, help me! Oh! Hast du das gesehen? Oh, nein. Der hätte den erwischt und die Bombe hat ihn gekillt. Oh, Mann. Was Sachen gibt's? Mute ihn, tut mir leid. Ich hab mir nur noch einen Haif gelangt. Okay, über die Mitte in den Tunnel ist scheiße. Jo. Manchmal haut's hin. Du musst halt Glück haben, dass der den ersten Schuss nicht trifft. Hm. Okay, jetzt bin ich mit euch auf A. Ich geh short. Okay. Damit rechnen die nicht, dass einer auf short ist. Longer Vlies von. Shit. Okay, dann kommt short jetzt gleich einer. Ja, zwei Granaten reingeschmissen hat, so. Kleiner produzieren die. Short ist nix. Ja, Mitte. Zwei und B Tunnel. Fuck die Bitch. Immer noch einer in der Mitte. Support. Der best one ist ein mid. Don't face mid. It's the best one of them. Oh, das ist dieser Untock. Der versteckt sich da und haut da rein. Hat mir 80 Schaden gemacht. Kleiner Ho. Immer noch Mitte. Alter. Don't face the Ho. Ich verstehe das Gefühl. Oh, fuck. Lower Tunnel 1. Immer noch. Holy shit. Ich kann nicht in den Lower Tunnel. Ja, da kommt jetzt Grün. Ich lenk den. Ich lenk den ab. Der schießt auf mich. Und der killt ihn jetzt. Kill ihn. Das war der Plan. Ach, du bist doch ein Vollspacken. Don't rush. Wo rushen wir? Wo? Oh, fuck. Immer noch Lower Tunnel. Der kommt langsam. Ja, unser Lilaner kriegt den jetzt von hinten. Ja, okay. Das hab ich beim Krünen halt auch schon gedacht. Und der hat's nicht hingeschissen bekommen. Ich gehe auf A. Das ist aber geil, wenn du hier auf Short stehst, den in dem Lower Tunnel ablenken kannst und dann einer von deinen kommt. Einer auf Lang. Ich habe halt nur noch bisschen mehr als 10 HP. Zu lang. 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 Oh man. Hast du gesehen, wo er hin ist? Nee, nee. Ich habe nur gesehen, wie er geplantet hat. Und dann hat's weg geswitcht. Und der steht sicher da jetzt an der Kante. Und der steht sicher da jetzt an der Kante. Er kommt 5-7. Gewicht unter dir! Nice one. Nice. Die Fusing. Okay, so nice war's nicht, aber er hat's nicht, aber er hat's immerhin hinbekommen. Alter. Ich würde sagen, die Stats. 26, 15, 26, 13. Nein, das ist der andere. Das bin ich nicht. GG. Good game. Oh, ich habe eine Pharma. Tier down, das ist relativ selten. Die ist blau. Ich finde... Also von der Qualität her. Achso, ich wollte gerade schon sagen, ich sehe, dass die blau mit roten Punkten ist. Oh man. Oh, goldener AK war dabei. Aber die Gegner, die hatten... Das war... Das war kein faires Match. Ja, das war schon ein bisschen gemein. Egal. Passt. Gut. Ähm... Yo. Yo, das war's mal wieder mit das 2. Wenn's euch gefallen hat, schaut weiter rein. Däumchen. Wär auch nett, wenn's gefallen hat. Und... Ja, nächstes Spiel wahrscheinlich wieder eine andere Map. Oder vielleicht doch das 2. Klickt rein und ihr werdet zerfahren. Bye! Tschöö.